Ich hab Fritz Meinecke als Disney-Charakter gemalt. Dafür hab ich mir erst mal überlegt, welche Disney-Figur Fritz am ähnlichsten ist. Jo, und den Joel Survival Gummer Mode hat ja wohl Tatsache erfunden. Und ich hab jetzt nicht wirklich Gummer Mode gesagt. Bei den Gesichtszügen musste ich nicht mal viel verändern. Und Lendenschutz-Experten sind auch beide. Holt mich ja raus! Dann noch dieses Boomerang-artige Mordinstrument aka Kukri in die Hand gedrückt. Und ... Ah! Ah! Fritz, der aus dem Dschungel kam.